und hallo freunde willkommen zur let's play gta online zum 20. part wir sind jetzt hier wieder zu einem rennen ein motorrad punkt zu punkt rennen eingeladen worden was ich ehrlich gesagt auch wiederum praktisch finde so soll es nämlich aus sein und das finde ich so was nehmen wir den netz ich nenne es jetzt einfach mal ein weiß weil es in weiß auch schöne aussieht semi woche mais natürlich haben wir wieder hier unseren weihnachtsmann anzug den ich auch vielleicht ändern kann nächsten part alter was los ach der muss jetzt wieder hier die packung essen und er hat sie noch auf den boden geschmissen ist eine umweltverschmutzung so was macht man nicht und da ist noch einer am mikro aha und ein engländer ich mag engländer die hatten so richtig slang in ihrer stimme geronimo und ich bin wieder gestorben das ist doch so unrealistisch ja nein jetzt wollte ich so machen wie ein kumpel von mir aber es hat nicht geklappt es ist besonders für drei andere Menschen oder vier andere Menschen verdammt der Mist ich dachte wir sehen wie die Straße es war aber ich kann so nicht fahren ich hasse diese Strecke ich muss auch sagen das Teil lenkt auch ziemlich scheiße also ich hasse dieses rennen damit komme ich überhaupt nicht zurecht ja guck guck mal wie scheiße der schon lenkt ohne mit ohne witz die sind schon wieder hier am arsch der welt irgendwo ja genau wie soll ich das denn sehen alter ohne witz wie soll man da noch mithalten ey ja schon wieder gleich oder was alter ja das ist doch so kacke gemacht hier ist aber schon irgendwie lustig aber es ist schwierig ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen besser konzentrieren dass ich hier auch mal die kurve kriege im wahrsten sinne des wortes noch mal ein bisschen energischer lenken hier ey was denn da ich hab das iiii wie sehe ich denn jetzt aus wieso habe ich keine weihnachtsmaske auf jetzt sehe ich ja aus wie der avatar das ist doch so kacke warum halten die sich hier während ich aufnehmen das ist ja auch respektlos wenn die konsolen reden sind die controller leise nein das ist ja eine diskriminierung für den weihnachtsmann oder für mich besser gesagt das ist ja das ist ja ich kriege hier einen kreislaufkollaps ja das ist scheiße scheiße ist das rennen scheiße ist das das ist scheiße ich bin ein Boston Xbox Fan ich bin kein Rennen ich bin kein Rennen ich habe das erste Mal gedacht ich habe meine eigene Bier also ich habe die beiden zusammengebracht und das ist wie es kam sooo wer weiß was sie jetzt für ein rennen anstellen oder was auch immer sie jetzt für eine mission machen okay dann mach mir diese mission ist eigentlich auch nicht schlimm ist sogar erotisch und ja wie soll ich sagen lustig 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 tralalala bald ist Nikolaus abend da bald ist Nikolaus abend da und meine Stimme ist schon wieder so scheiß leise ich kann das nicht leiden ja spring ach spring genau ey scheiße Leute ey manchmal muss ich bei mich selbst lachen spring und stirb dein Wagen wird alle Panzerrunden brauchen die du kriegen kannst am besten auch noch Flügel na das können wir tun und das werden wir auch tun wir werden das tun 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 wir werden es tun und wir werden nicht wohnen so ist es und so bleibt es in enghosen reiz so ist es und so bleibt es in enghosen reiz so ist es und so bleibt es in enghosen reiz genau jetzt nehmen wir mal diesen schönen Schlitten hier I got the monkey back Der sieht schon irgendwie lustig aus, der schockt hier Oh, we got sand in here Warum dauert es dann hier wieder so ewig? Anscheinend brauchen die wohl bis sie kapieren, dass sie auf den Knopf drücken müssen Ich war bei Survival mit einigen anderen Leuten Jetzt kannst du ja mal richtig einheizen diese Leute hier Oh, es war lustig, dass ich mich aufhören Entschuldigung, ich wollte mich nicht erinnern Entschuldigung 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 Entschuldigung, ich lande auf dich Das ist schwer, Mann Entschuldigung Entschuldigung Entschuldigung, ich krasse einen und lande auf den anderen Oh nein, nein, nein Das ist ja mal richtig respektlos hier, Alter 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 Was ist das für ein Scheiß, Mann Hier kann man ja nicht mal richtig Gas geben, ey Oh ja Was ist denn das für ein Scheiß, ey Oh nein, das ist für ein Scheiß, ey Ja, wo fährst du denn lang? Was ist denn ein Scheiße, ist das denn? Was ist denn ein Scheiße, ist das denn? So, jetzt geht's hier mal endlich ab auf die Strasse Tronimo, ist das ein Fail? Hey, nur weil ich mich überschlagen habe Eine richtig unfaire Mission, muss ich dir sagen Ich kann nicht mit mir Nein! Ey, ohne Witz Leute, es macht keinen Spaß Ich kann nicht mit mir auf die Strasse Ich kann nicht mit mir auf die Strasse War ja gleich, ich hoffe es wieder nicht Das war ja so klar, Alter, ohne Witz Wieso schaffe ich das nicht? Ich komme echt nicht hin Wieso schaffe ich das nicht? Ich kann nicht mit mir auf die Strasse Irgendwie bin ich heute richtig verzweifelt Was? 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 Die Strasse Was? Die Strasse Die Strasse Werden wir das nicht? Hmm das war so krankes rennen da was sie da für uns wieder haben ob sie überhaupt was für uns haben war es eigentlich auch kein Mensch. Aber ich denke mal, es ist wieder so eine selbst erstellte Mission, die sie da vor uns haben. Und wenn es so ist, dann ist es ja eigentlich auch egal. Weil da fällt mir nämlich an, ich könnte ja in diesem Let's Play eigentlich auch noch eine eigene Mission erstellen. Falls ich das eigentlich auch lohnen würde. Und ich war auch am überlegen, mir mal die Elgato Game Capture zu holen, weil die hat, glaube ich, noch eine bessere Aufnahmequalität als die HD-PVR. Obwohl die HD-PVR eigentlich auch reicht. Muss ich sagen. Weil später irgendwann mal für die Playstation 4 räufst ich dann halt eben die Elgato, weil die dann halt eben auch in Full HD aufnehmen kann. Und ja, wäre halt eben besser als 720p. So, ich weiß jetzt nicht, warum es so ewig dauert. Wir brauchen jetzt wieder hier bla bla bla. Bla bla bla. Jetzt müssen wir halt eben noch die 30 Sekunden abwarten. Bis es dann halt eben wieder losgeht mit dem großen Zocken. Mit dem großen Zocken. Ich will zocken. Ich will zocken. Ja, zocken macht mir so Spaß. Das ist mein Zocken. Das ist mein Zocken. 1.000? Mhm Ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt noch durchschalten werde in diesem Rennen Ich denke, ich werde das nicht schaffen werde Ja, okay, das ist richtig Ja, das ist ein Generik, oder? Ja, das ist ein Loaded Ja, ich weiß nicht, was du hittest Ja, ich weiß nicht, was du hittest Nein, 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 nein Nein Es ist klar, oder? Haha, jetzt habe ich mal diese Typis da erledigt So, jetzt muss ich mal ein Bestes geben, dass ich dieses Rennen noch gewinnen kann Haha Jetzt gibt es ja mal richtig Explosionen hier Da habe ich auch noch mal Glück gehabt, ist mir zwar die Mothaube weggeflogen, aber ich habe es auch noch so ganz hinbekommen Haha Ich bin doch ein Genie, ich habe es endlich hinbekommen Ich bin stolz auf mich Ja, jetzt habe ich ja Geld und Money und Cash bekommen Ja, Mann Ja, Mann So sieht es aus So trischig gezockt Das gucken sie alle da die Leute hier von heute So So Hey, hey, dude Ich muss hier raus und gehen und meine Kinder machen ein Essen Genau, Mann Genau, genau Genau Ich sehe dich später Ich bin zurück heute Abend Jetzt brauen sie wieder ewig hier, jetzt sprechen sie wieder und labern sie Ist ja wieder lustig, ja Jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes so eine Mission kommt Oh Nehmen wir einfach mal die Mission Weil Ich brauche da nicht immer so lang beim Überlegen Weil ich nehme einfach irgendeine Mission Dass ich auch dann eben ein Besseres Video habe Anstatt da alles nur so rumzulaufen Sich von anderen überfahren zu lassen Das ganze drum und dran Macht ja eigentlich auch mehr Spaß irgendwelche Missionen zu machen Anstatt da Wie eben gesagt da rumzulaufen Sich überfahren zu lassen Andere zu töten Das wird ja auch eigentlich schon mit der Zeit immer dann langweiliger Aber ja, egal Okay, sind ja nur ein paar Stück dabei LS-Forum Sollte der jetzt auch Diese Mission verlassen würde ich dann den Part beenden, aber Ansonsten mache ich diese Mission noch und dann beende ich den Part Wie er es will und wie er es möchte Warum dauert das denn wieder so ewig hier? Kann man hier nicht mal zocken? Ach, der lässt sich wahrscheinlich noch viel Zeit Eineinhalb Minuten müssen wir jetzt noch warten Kommt einem zwar nur lange vor Ist es aber eigentlich auch nicht Oh, er hat es doch noch hinbekommen Das macht uns doch glücklich Das macht uns doch glücklich Was ich auch richtig lustig finde Was ich auch richtig lustig finde Findet man es lustig, ist man auch so brustig, ne? So, jetzt fahren wir noch Zum Abschluss dieses Motorradrennen hier Uh, und diese Strecke finde ich auch ehrlich gesagt sehr cool Zum Glück habe ich heute aufgenommen, meine Freunde Zum Glück habe ich heute aufgenommen Alter, scheiße Ich bin ein Noobisch, ich habe verloren Manchmal muss man auch vom Gas runter Manchmal muss man auch vom Gas runter Alter, ich bin jetzt gerade richtig angespannt Ich habe Bock noch mal gegen so ein Teil zu knallen Alter Wie das abgeht Ich will zocken Und ich habe verloren So, am besten Ich wünsche jetzt nochmal eine Revanche machen Aber es wird dann halt eben vom Part wieder zu ewig Aber egal Ist ja egal Hat halt eben Spaß gemacht Und da wirst du halt eben auch nicht ausgelacht Ja So Gut, Freunde, dann ist es halt eben auch wieder an der Zeit Den Part zu beenden Und damit bin ich raus Und dann sage ich Tschüss, Freunde Ich hoffe, ich werde es kurz nach dem Ich werde es langsam viel mehr Ich werde es kurz nachdem Ich werde es kurz nachdem